Ah, da sind diese Bilder, okay. Oh ja, doch, da haben wir schon einige. Zwei fehlen noch. Ja, aber hier haben wir nicht so viele. Da haben wir nur zwei erst. Da auch nur zwei. Die Schmetterlinge finde ich sehr schön. Da. Nur drei. Ja, gut, da auch nur drei. Da haben wir doch gar nichts. Echt? Da auch nur drei. Ah, von den Tafeln da. Ah, da fehlt noch was. Und hier drin? Ah, das ist wahrscheinlich... Ah, Unikate und... Moment, ich muss das Journal öffnen, okay. Fünf von neun. Aha. Seele des Automaten, okay. Was wir alles haben. Das Auge, ja, Herz des Lü... Ah, okay. Na gut, Journal schließen. Okay, ja, liebe Leute, da sind wir wieder im Glottenturm. Und jetzt lassen wir es wieder ein bisschen ruhiger angehen, indem wir ein paar Aufträge ausfüllen... Äh, ausfüllen, ja, und erfüllen. Wir sehen uns das mal an. Ziele. So. Ah, zu Vitore zurück. Genau. Wir haben ja Isabella befreit. Oder Isabella oder so ähnlich. Äh, ja, dann machen wir das doch mal. Und sonst haben wir noch... Äh, bei... Bei... Ektor. Da müssen wir auch nochmal vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob da schon alles war. Ich glaube, da haben wir noch was offen. Ja, da gehen wir jetzt erstmal zu Vitore zurück. Denn ich glaube, das war der letzte. Aber wir verfolgen. Journal schließen. So. Und raus. Bin ja gespannt, wie es da jetzt in der Stadt aussieht. Oh, da kommt was. Er guckt sein Auge an. Etwas... In dir ist anders. Kind der Schatten. Die Balance der Urkraft ist weg. Sie hat mit dir gesprochen. Doch du hast nicht zugehört. Du meinst Aaron. Der Unfall erfüllte sie nicht nur mit Urkraft, sondern mit der Stadt selbst. Stirbt sie, solange die Urkraft in ihr ist. Stirbt auch die Stadt. Sie wird vergehen, als hätte sie nie existiert. Der Baron dachte, mit allen Teilen kann er ihr die Urkraft entreißen. Mit allen Teilen? Ja. Und du hast das Fehlende gesehen. Denk nach. Orion. Du musst in die Kathedrale. Sobald du Orion, das fehlende Teil, gestohlen hast, musst du Aaron von der Urkraft befreien. Ohne sie zu töten. Deine Stadt braucht dich, Gerrit. Ich bin kein Heiland. Diese Stadt und ihre Bewohner machen dich aus, Gerrit. Um allein zu sein, brauchst du etwas, das du meiden kannst. Erreiche die Kathedrale im alten Viertel. Okay, das ist unser neues Hauptziel von der Hauptquest-Reihe. Jetzt sehen wir uns das mal an. Genau, das will ich aber jetzt nicht machen, sondern das hier. Ja, genau. So, also, ähm, hör aus hier. Ist sie jetzt immer noch da? Nö, jetzt ist sie weg. Okay. Hinaus. Ja, nach Stone Market. Jetzt müssen wir uns erst wieder durch die ganze Stadt kämpfen. Also, wir wollen jetzt zu, äh, boah, Vittori und zu Ektor. Da will ich auch nochmal vorbeischauen. Und auf dem Weg dahin könnten wir noch den einen oder anderen Kleinauftrag erledigen und danach machen wir alle anderen. Also, von den Kleinaufträgen. Falls nach dem Besuch bei Ektor und Vittori nicht noch was heute ist. Sie ist verlassen, seit die Leute zurückdämmen. Es ist nicht zu spät, Freunde. Empfand die Dämmerung und kommt zu uns. Die Stadt verändert sich. Ein neues Zeitalter. Ähm, ja. So. Aha. Moment, ich muss auf die Karte sehen. Was haben wir denn da? So wie Toril. Ja, genau. Da will ich gerne hin. Das ist das, äh, Hauptdingsbums hier. Ja. Und da ist, ähm, Ektor. Da will ich auch noch hin. Und da haben wir schon mal, äh, Bassusfüller. Okay. Was war da nochmal? Vittori. Ja, genau. Also, dann gehen wir erst zu dem. Wir müssen uns nach rechts wenden. Was ist aus dieser Stadt geworden? Zu Vittori. Also, dann wollen wir mal nach, äh, zu Vittori gehen. Boah. Dann. Wie sieht's aus? Bin ich noch richtig? Boah. Das sieht gut aus. Ich weiß jetzt auch nicht, wer sich da so in der Stadt rumtreibt. Jetzt so. Wächter oder die Götzen? Nein, Geld. Du sollst da. Nein, geht. Genau. Ja, gehen wir da einfach mal runter. Ups, da kommt ja schon einer. Ach, das ist der Hampelmann von der Wache. Ja, ich erinnere mich wieder. Aber jetzt liegt er da und rührt sich nicht mehr. Ja, vorhin stand er da und rührt sich nicht. Äh, wo muss ich jetzt hin? Ähm, ich muss nach links. Da lang. Ja, nur, wie komme ich da hin? Ich muss erst nach rechts und dann da rum. Ah, das ist ein anderes Stadtviertel. Ja, okay. Also nach rechts. So, schnell vorbei hier. Okay. Und jetzt hier irgendwie? Wo muss ich lang? Ah, das ist ja die verkehrte Richtung. Ah, nee, Moment. Moment. Äh, hier links herum. Da lang. Nein. Noch weiter. Und dann nach rechts. Hier da. Und hier müsste auch ein kleiner Auftrag sein. Ja, genau, direkt über mir. Ja, ich erinnere mich, da war ich doch schon mal. Ja, richtig, da hat diese Leiter auch. Ja, und wie kommt man da hin? Ja, das wusste ich nicht mehr. Äh, ich gucke mal eben nach, was das für ein Auftrag ist. Ähm, Ziele. Der hier, der Tintenstreck. Ja. Da muss das irgendwo sein. Ich gucke direkt drauf zu. Da. Ah, ich muss dann im Seil hoch, aber das ist nicht hoch genug. Äh, das, ja, das hängt nicht hoch genug. Ja, okay, ich will mich tatsächlich lange aufhalten. Weiter hier. So, bin ich hier noch richtig? Äh, ha. So, und dann da. Geht's irgendwie durch. Hier. Na, dann bin ich mal gespannt, was Vituri gesagt. Und vielleicht hat er sogar noch einen Auftrag für uns. Aber ich glaube nicht. Aber Ektor müsste noch einen haben. So, wo sind wir jetzt hier? Da ist so ein Turm. Moment, auf die Karte gucken. Aha. Ah, da muss ich durch das Tor durch. Okay. Äh, ja, gut, dann. Ah, der andere steht da. Nee, nee, da hat sich nichts bewegt. Ja, ganz bestimmt. Ah, Moment mal, da ist ja ein Händler. Wollen wir da gleich was einkaufen? Ah, da ist aber beim, beim, äh, bei David, wo Vituri ist, da ist da auch noch einer. So, schnell dahin. So, rein hier. Ja, wie heißt das nochmal? Das Sirenen ist, glaube ich, ist das. Da ist ja auch einer. Und der, der hat noch ein paar andere, größere Gegenstände dann. Denn, wir haben ziemlich viel Geld, also wir könnten da schon ordentlich was ausgeben. Werden wir gleich sehen. Wenn sich der Ladebildschirm beeilt. Okay, so, wohin jetzt? Ah, da sind noch mehr Aufträge. Och, bis ans andere Ende. Äh. Ja. Toll. Dann, äh, wollen wir doch mal versuchen. Ah ja, hier kann ich drehen. Und größer machen. Okay. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir diese Aufträge da auch noch kriegen. Wie ist denn, was ist das für einer? Das sind vier und der eine ist noch in dem anderen Viertel. Ja, aber Moment mal, was? Ah, Moment, da stehen wir jetzt. Okay, ja, ja, jetzt, jetzt verstehe ich das. Und da ist wieder, okay. Ja, okay, jetzt kenne ich mich wieder aus. Oh, dann stiehlt das Teleskop, stiehlt den Teleskopmechanismus. Okay. Dann ziele Teleskop Ähm, das hier. Ja. Ferre folgen. Zurück. Ah, ne, schon ausschließen. Okay, dann haben wir jetzt ein neues Ziel. Nochmal eben auf der Karte. Boah, praktisch nur geradeaus und ein bisschen links halten. Und dann sind wir schon da. Nur weiß ich nicht, wie... Naja, das ist zu hoch. Moment. Erstmal hier hin. Joa, wie kommt man da hin? So, die beiden gehen weg. Okay, rüber da. Und hoch da. So, das müsste jetzt hier irgendwo sein. Wir sind ganz dicht dran. Ah, hier. Nur da mal hinein da. Dann hätten wir ja den ersten Auftrag ja schon fast erledigt. So wie es aussieht. Ja, Moment. Erstmal hinein da. Und dann geht's.